Herzlich willkommen zum 294. Teil zum Bau meiner Lego-Stadt. Heute steht endlich der Leuchtturm an, der das Hafenbecken mit dem Rest der Lego-Stadt verbindet. Davor müssen wir jetzt aber erstmal das Hafenbecken an sich abschließen. Als allererstes mit der Mauer hier und dann wird das Ganze verbunden mit einer Treppe zum oberen Bereich. Und da hatte ich jetzt direkt das erste bautechnische Problem und zwar in dem Winkel, den ihr hier sehen könnt, wo ich die Mauer draufgesetzt habe. Da ist jetzt eine kleine Lücke offen geblieben. Die habe ich dann letzten Endes gefüllt mit einem 1x2er Regenrinnenelement. Eine wunderbare geschummelte Lösung gewesen und bevor wir jetzt da weiterbauen, müssen wir uns erstmal um das Wichtigste und zwar den Leuchtturm kümmern. Ich hatte jetzt mit verschiedensten Bautechniken rumexperimentiert, ursprünglich auch mit dieser Rundbautechnik, bin da aber auf keinen wirklichen grünen Zweig gekommen und habe deshalb alles über den Haufen geworfen und bin zu diesem Grundkonstrukt gekommen. Das sind Hinges, die ich im Kreis aufgebaut habe mit Verstrebungen, wo ich dann Brick-Modifieds außenrum gesetzt habe und das dann mit Flat-Teils so abgedeckt habe, dass die im Winkelplan abschließen. So, damit ihr versteht, was ich meine, das hier ist der Baufortschritt alle paar Stunden, wo ich diesen Turm hochgezimmert habe. Das an sich hat mir schon mal gut gefallen. Ich musste aber noch eine Sache verbessern, was ich hier gerade mache. Und zwar da unten, könnt ihr es sehen, ich musste ein Eck rausschneiden, damit nämlich wirklich, und das ist jetzt so zufriedenstellend, guckt es euch an, damit nämlich der Leuchtturm wirklich plattformübergreifend dasteht. Heißt, um das Ganze bautechnisch solide einzubauen, muss ich natürlich Noppen entfernen, das Ganze auf Flat-Teils draufsetzen, habe es dann nur an den beiden Eckpunkten fixiert und damit wäre der Leuchtturm bautechnisch im unteren Bereich zumindest schon mal abgeschlossen. Oben, wenn es zum Dach kommt, musste ich jetzt natürlich auch diese runde Form beibehalten, habe jetzt alles per Snod-Bautechnik und Brick-Modifieds in den Ecken verbunden, damit ich da nämlich dann dieses kreisförmige Dachelement habe. Das kommt in der Sekunde drauf. Davor habe ich nämlich für die Leuchtkuppel an sich ein zusammengerolltes Garagentor genommen, umgedrehte, abgerundete Plates genommen, damit ich nämlich da jetzt die Rückseite der Noppen hatte. Seht ihr gleich, wofür die wichtig sind. Außenrum habe ich einfach Pins hochgesteckt, damit das Ganze nochmal ein bisschen abgestützt wird und hier habe ich jetzt nämlich diese beiden Noppen vom Brick-Modified, den ich gerade eben eingebaut habe, verwenden können, um das ganze Dachkonstrukt zu verbinden mit dem Glasteil drunter. Eine Kuppel oben drauf gesetzt und damit wäre der Leuchtturm an sich abgeschlossen. Ich werde natürlich am Ende der Update-Folge auch noch genauer darauf eingehen, warum ich mich für diese Größe und für diese Farbe entschieden habe, aber hier könnt ihr schon mal kurz sehen, wie das im Gesamtbild aussieht. Weiter geht es jetzt, den ganzen Bereich insgesamt ins Landschaftsbild zu integrieren. Und dazu habe ich jetzt als allererstes mal hinter den Leuchtturm, weil ich das kontrasttechnisch einfach am interessantesten fand, ein bisschen was an Bepflanzung hingebaut, auch ein bisschen verwildertere Bepflanzung und den Rest dann ausgefließt, damit da nämlich vor diesem Baum, den ich gerade eingebaut habe, da kommt so ein kleiner Bootsverleih hin, was ein Wunsch aus den Kommentaren unter der letzten Folge war. Deshalb ist auch, wie ihr unter der Dachkante sehen könnt, so ein kleines Steuerrad eingebaut, damit das von außen auch klar sichtbar ist. Im Baum, ihr könnt es da sehen, habe ich so ein kleines Eichhörnchen eingebaut, ein ganz neues Lego-Teil anscheinend, habe ich davor noch nie verwendet. Ganz, ganz kleine, nette Details. Und dann geht es jetzt darum, endlich Kontrast reinzubringen und das Ganze hier unten zu vervollständigen. Und zwar einfach mit einem Zaun, den ich raufgesetzt habe. Ist es nicht sonderlich schwierig bautechnisch gewesen, aber es sieht einfach gut aus, das Ganze zu vervollständigen. Das Geländer zur Treppe rauf ist auch deshalb wieder so wichtig, dass es in schwarz ist, weil es einfach diesen Kontrast reinbringt und die Ecke highlightet. Auf der anderen Seite, das können wir auch nochmal schnell überspringen, bei der anderen Treppe genau die gleiche Geschichte, womit dieses Hafenbecken an sich schon mal so weit abgeschlossen wäre. Aber wir müssen das jetzt ja irgendwie mit dem zukünftigen Strand verbinden. Und das geht erstmal über einen gewissen Bereich, wo jetzt nochmal Klippen hinkommen, beziehungsweise so eine Felswand, die aus dem Wasser rausschießt. Und auf der Felswand, da habe ich mir jetzt überlegt, um die beiden Module auch noch so ein bisschen zu verbinden, kommt jetzt so ein kleiner Aussichtspunkt hin. Ihr könnt es sehen, das ragt hier so ein bisschen weiter raus. Und diesen Aussichtspunkt, um den zu highlighten, da habe ich jetzt so ein Fernglas hingestellt. Das sind diese Dinger, wo man Euro einwirft und dann kann man da für eine Minute oder was in die Ferne schauen. Fand ich, hat da richtig gut ans Eck gepasst. Weiter geht es jetzt mit der Bepflanzung vorne bei der Klippe. Dazu habe ich erstmal ein Limpelement genommen, überall diese kleinen dreiteiligen Blattelemente reingesteckt und daraus so einen kleinen gebogenen Busch gebaut. Der passt natürlich perfekt hier vorne ans Eck. Ich kann außerdem noch mit weiteren von diesen kleinen Dreiecksblattelementen das Ganze so ein bisschen begrünen, Bepflanzung reinbringen. Habe auch diese umgebogenen Bars verwendet, um im Winkel dann eben die Teile einbauen zu können. Also so kleine experimentelle Bautechniken, die aber dann doch ganz nett wirken im Großen und Ganzen. Und damit müssen wir uns um das andere Problem kümmern, was da oben noch herrschte, und zwar der Übergang auf den Weg. Und dazu habe ich mir jetzt dann doch nochmal entschlossen, auch da so eine kleine Grüninsel hinzubauen, auch weil mir die Ecke generell zu grau in Grau war. Auch da habe ich wieder mit den Cut-Teils gearbeitet, weil es einfach ein bisschen einen Winkel reinbringt, interessanter aussieht. Ein Baum drauf auf diese Grüninsel. Und wir können direkt weitermachen mit den nächsten besonderen Teilen, die ich gekauft habe, und zwar diese Netze, die ich zum einen zu Deko-Zwecken verwendet habe, und zum anderen, vielleicht erinnert ihr euch dran, der Fischkutter, den ich mal gebaut habe, da fehlt ja aktuell noch das Netz. Jetzt, wo wir das hinzugefügt haben und den Fischkutter zurück in den Hafen stellen, das sieht so viel besser aus, weil es jetzt einfach endlich nach einem Jahr, wo ich das Mock gebaut habe, einen Abschluss gefunden hat. Da bin ich wirklich zufrieden mit. Wir machen weiter auf der oberen Plattform, wo diese schräge ist. Da musste ich einfach das Ganze noch leveln. Und jetzt hatten wir noch ein riesiges Problem aus der letzten Update-Folge. Wenn ich die Pflasterung jetzt weiter zur Kante ziehe, wo die beiden Module sich berühren, da könnt ihr sehen, ist so eine unfassbar ätzende Lücke. Die hat uns alle getriggert, mich inklusive, euch in den Kommentaren. Und die müssen wir jetzt bekämpfen. Und zwar machen wir das Ganze über eine abgewinkelte Plate, wo ich ein Flat-Teil ransetze. Und jetzt passt auf. Das Ding ist zwar ein bisschen illegal eingebaut, füllt aber perfekt diese Lücke auf. Das ist eine plane Ebene. So, und ich hoffe jetzt auch einfach mal, dass es dieses unfassbar unzufriedenstellende Ende vom letzten Video ausgleicht, als hier die halbe Noppen-Lücke war. Also da bin ich ja selbst nicht mit klargekommen, muss ich auch zugeben. Hier komme ich gleich zu sprechen drauf. Davor ganz kurz, wir arbeiten uns nochmal um die Ecke. Das hatte ich nämlich auch noch nicht gezeigt, wie ich hier die Pflasterung geendet habe. Es kommen ja von diesen Pizza-Ecken-Flat-Teils, wie ich sie immer nenne, hier die Zacken raus. Das heißt, ich habe die wunderbar zwischen diesen abgerundeten Einmal-Einser-Teils enden können. Wunderbare Bautechnik gewesen. Auch generell, wie sich jetzt hier die Pflasterung einfügt, bin ich echt zufrieden mit. Wir arbeiten uns weiter rum. Und zwar zur letzten Bricklink-Bestellung. Da waren nämlich endlich die bedruckten Ticket-Flat-Teils dabei, die ja hier vorne für den Ticketverkauf sind, was ja zwischenzeitlich nur ein Notizblock war. Und hier drüben geht es direkt weiter mit bedruckten Steinen. Und zwar, ihr wisst, hier ist dieser kleine Milchverkaufsstand beim Markt. Und jetzt passt mal auf, was ich hier habe. Seht ihr das? Das ist, wenn der Fokus sitzt, da endlich eine bedruckte Milchtüte für diesen Marktstand. Ich glaube, hier vorne im Eck ist schon mal der Bootsverleih in wunderbarer Abschluss. Bleibt aber nichtsdestotrotz immer noch diese Ecke übrig, wo ich euch ja auch gefragt hatte, was da hin soll. Und da waren jetzt ein Haufen Kommentare dabei von Fischbrötchen-Bude, was ich auch schon mal gar nicht so schlecht finde, über, da hat sich jetzt Papa Plattes Livestream-Chat hat einiges gewünscht. Und zwar sollte hier ursprünglich ein Spielplatz hin beziehungsweise ein kleiner Skatepark. Jetzt ist folgende Sache. Der Skatepark, den finde ich eine ziemlich gute Idee. Ich werde allerdings hier außen ja die Straße verlängern und hier eine Brücke hinbauen. Das heißt, unter die Brücke in diese Bögen rein, da würde meiner Ansicht nach der Skaterpark noch viel, viel besser hinpassen. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Und bevor ich jetzt auf das heutige Vorher-Nachher-Bild eingehe, das eigentlich Wichtigste der heutigen Update-Folge noch. Und zwar, was passiert mit der Beleuchtung im Leuchtturm drin. Ich habe hier oben ja, wenn ich dazu mal das Dach eben abnehme, einiges an Platz. Also jetzt nicht nur hier oben in der Glaskuppel, sondern, ich nehme das Ding nochmal schnell raus hier, da unten drunter ist ja auch noch einiges an Hohlraum. Das heißt, ich kann da ohne weiteres Motoren einbauen und dann vor allem darüber den drehenden Spiegel machen, wo dann eine LED dagegen leuchtet. Dass man eben nicht eine drehende LED einbaut, weil das ja durchaus ein bisschen schwieriger wäre, um ehrlich zu sein. Heißt aber, das wird es dann wahrscheinlich auch auf dem Zweitkanal geben, dass da die Beleuchtung reinkommt, und sobald das in der Westernwelt alles abgeschlossen ist. Und jetzt von weiter weg werden, glaube ich, zwei Punkte klar. Zum einen, dass die Größe des Leuchtturms nicht übertrieben ist, also nicht zu viel von der Stadt verdeckt. Und vor allem, dass ich hier keine roten Streifen eingebaut habe, weil es uns einfach viel zu sehr die Aufmerksamkeit von der Stadt weggezogen hätte, auf nur die Ecke hier vorne mit dem Leuchtturm. So, und jetzt würde ich sagen, ist es Zeit für das heutige Vorher-Nachher-Bild. So sah der ganze Spaß vor der heutigen Update-Folge aus. Natürlich ohne Leuchtturm, Überraschung. Und wenn wir uns jetzt die Überblendung anschauen, nicht nur der Leuchtturm ist dazugekommen, sondern auch die Bäume dahinter, der Bootsverkauf, der Steg ist endlich abgeschlossen und der Anfang der Felswand ist da. Ich denke, da kann man also heute durchaus wieder zufrieden mit dem Baufortschritt sein. Und damit hätten wir jetzt auch das Ende der heutigen Folge erreicht. Ich hoffe natürlich, wie immer, dass es euch gefallen hat. Und dann sage ich jetzt vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!